wir laufen Richtung Virginia ach hier ist wieder der der Blitz krass habe ich bei wirklich stehblind das müssen wir mal wirklich machen so auf einen hohen Schneeberg und drauf rennen ja, das kannst du nicht wie wärst du mit Mount Everest? ja, bitte gib mir 10 Minuten, dann bin ich oben übrigens hat der Mount Everest in den letzten paar Jahren irgendwie das Dreifache an Toten gefordert ja, das kann ich mir gut vorstellen weil viele überschätzen sich da einfach wo gehst du denn hin? ich bin runtergerutscht ich bin runtergerutscht ach so, ok, es sah so aus wie als würdest du jetzt sich einfach drehen und runterrennen wollte schon sagen, ne? irgendwie, ich habe gehört der Mount Everest weil so viele Influencer irgendwie dahin gegangen sind und alle irgendwie ja Influencer-Ziele haben möchten ja, nein deswegen gab es viel mehr Touristen und deswegen sind auch viel mehr Leute gestorben und erst recht welche, die sich halt überfordert haben ja, das glaube ich sehr gerne oh Gott ich bin auf dem Bergkamm bin auf der Spitze wir haben den Mount Everest geklommen ach, du bist hier, hallo höchstpunkt und, wo wollen wir hin? mir ist erstmal arschkalt merke ich gerade ja, nicht nur dir aber die Winterjacke habe ich an na gut, dann machen wir eine Fackel an vielleicht wird einem dann wärmer dann wird einem noch wärmer oh mein Gott, ich brenne echt, wird ihr wärmer dadurch? ja, das ist die Fackel, wird einwärmer gut, dann nehme ich die auch mal brennt die noch? nö jetzt brennst du nicht mehr, Sauerei ja, ich rutsche langsam runter ich komme ja nicht hoch ja, tatsächlich, ein wird wärmer geil schön hier nur kein WLAN ach nee, guck mal, da drüben da, dit, dit ist die höchste Stelle ach, nein wir müssen auf deine Mutter warten mhm wenn ich jetzt mal hochkommen würde wäre ja schön, ne? vielleicht willst du sie abholen darf mal ein Seil runter aha oh nein, schlubst du mich nicht ja, sehr schön genauso möchte ich mit euch die nächsten Berge auch hochklettern also in RL springen und rennen ah oh oh sie ist abgerutscht Mensch ja, du, 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 du lebst ich schätze auch nicht nee na gut, lass mal gucken zu welcher Höhle wolltest du jetzt? hast du vorgeschrieben? ja, die haben See die haben See haben wir da nicht letztens? nee, ne? ich glaub nicht oder? oder wollten wir zu der beim Hubschrauber? Hubschrauber, dit hatten wir soweit ich weiß Hubschrauber ist ja da, wo wir abgestürzt sind hatten wir da die Hülle aber wir sind irgendwann mal über nen See gelaufen doch, das muss ja der gewesen sein ja, ne? dit müsste dit gewesen sein also, ähm die am Hubschrauber, da waren wir da ist also es ist nur ne Loothöhle und da haben wir, ähm den Dosenöffner gefunden hm wie geht man hier gerade aus? und ich versuch nicht runter zu fallen sieht ja cool aus da unten ist Sommer erinnert mich so ein bisschen an die Schweiz ja, wo gehst du denn jetzt hin? ich einfach mal so, äh, bergkamm lang ich muss nachdenken ja nicht runterrutschen zu spät ach, au hast du hier wehltan? bin runtergerutscht bist du verletzt? ein bisschen ach, guck mal, ich hab Ötzi gefunden warte, echt? ach, nein, 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 jetzt rutsche ich ich bin jetzt auch in meine Richtung ja rutscht aber auch immer wieder ne, also ich hab mich retten können da unten ist Sapien hallo ne, es ist schon mal gut, wenn wir auf dieselbe Seite des Berges rutschen ja, nein, 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 nein jetzt ist die andere Seite, fuck weg ich will jo ich geh zu dem Orangenen manno ich häng hier fest, ich geh hoch lass mich hoch nüder Berg nein ich geh zu dem Orangenen ich geh zu dem Orangenen Aua hab mir wehgetan bin umgeknickt das hast du, lass du mir nicht zu lassen ne, ich konnte nicht, ich war eine Todesangst Aua ja, da komm ich jetzt nicht mehr hoch das kann ich veressen die steile Wand, das schaff ich nicht okay, warte mal dann, dann versuch ich mal was anderes wenn ich mich in den Schlitten setze passiert mir dann auch nichts nein wie mit dem Auto ja deswegen ist ja, ist ja Gottmode Schlitten und jetzt so, toll, ich bin tot ich hab nur gehüpft viel Flummi lustig hoch hier, bleib hier ach man du hast auch runtergerutscht nee, der, der haut ab mein, äh, Gleitschirm ist gleich also ist das ja zu uns? ach nö schön, ich wollte doch auch noch fliegen ich hab ihn doch noch gesehen, jetzt ist er weg ich hab ihn doch noch gesehen, jetzt ist er weg Hubschrauber, komm her, ich schieß dich ab wie Hubschrauber? na komm, na komm ich muss ihm mal ein Leckerli hinhalten, vielleicht kommt er dann ist durchgeflogen ich hab mal ne Idee, ich muss mal kurz was gucken weil ich gerade fliege obwohl, nee, das ist ja auch doof bis ich wieder bei euch bin, ist es Flau-Pfingsten wo bist du? dann bist du auf meiner Seite, das ist ab hier nee, du bist auf der anderen Seite, okay komm mal rum, hier segelt ich hab ein Lager yay ich hab ne Bohrmaschine gefunden, die darf ich aber nicht mitnehmen das ist doof, ne? ich würde hier in, 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 in den Berg Löcher bohren und da TNT reinstopfen oder C4 wenn wir auch haben ich hab Druckart und ne Tinte gefunden das ist gut kann ich hier auf ja, also mein Schirm ist weg, ich muss sehen, dass ich hier in meinen Scheiße bleib hier, mein Schirm hat auch ab bleib hier so, bleib hier so, bleib hier hä, haben wir hier schon mal gezeltet? vielleicht dein Zelt hat uns da steht schon bist du, ne, also du bist, du hast da kein, äh, Zeltdings als Markierung von uns gut oh, ich hab nen Drucker gefunden oh, sehr schön das ist 800 Milliliter Druckertinte, glaub ich mhm, mhm 1000 brauchst du für den Schlitten also, du hast ja einen 500 ja, ich dachte, dass ihr euch einen drucken könnt mhm ja, Maleficent kann sich dann vielleicht eindrücken weiß gar nicht ne, ne, ich hab auch noch keinen aber macht nichts wenn ich da drauf drücke, ist das dann also nicht da drauf drücke, sondern in meinem Inventar da drüber gehe sind die 500 das, was ich insgesamt habe oder das, was alle drei Patronen zusammen sind? ich glaube, das, was du insgesamt hast bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher ich glaube, das müsste das insgesamt sein äh, Jenna, es war nicht so weit es war nicht so weit die gehen nicht zurück im Fliegen nein, es war nicht so weit wird da etwa jemand fressen oder Gassi gehen? ja, nee wie kommst du denn da drauf? küsst mich Jenna will nie fressen, die hat nie Hunger so, wenn jetzt... aua, kratzen mich doch nicht nein, du warst das jetzt ok, das ist jetzt mäßig ich fliege gerade blind zu Sappchen, ne es ist komplett weiß hier alles oh, jetzt, jetzt seh ich wieder was ich seh dich nicht mal na, ich seh auch nur dein P ach da P wie Sappchen ach da ich seh dich fliegen ich seh es ich seh dich hier oh du mich umfliegst guten Tag ja, ich wollte halt mit Begeisterung, äh ja hi, ist ja gut, ist ja gut oh ja, sehr schön ach, hier sind wir das ist noch nicht so weit guck mal, das ist jetzt vielleicht halb sechs, das geht nicht hat das willst du dir einen Schlitten nein, Jenna, nein ich bin da am überlegen, ja, vielleicht hast du denn nein ähm, ich guck mal gerade ich sammel hier gerade ein was hab ich denn hier alles mal gucken, ja, wo ist denn, wo ist denn das Zeug wo ist denn der Stoff 500 habe ich jetzt noch nicht essen schmeiß rein, ich hab noch für, ich hab auch 500 sagst du mal nicht ja, nice aber wollen wir nicht, na gut, okay 999 Milliliter drückst du schon mal schauen, das reicht doch gar nicht dann aber ich hatte 500, wie können das nur 999 sein ich hab keine Ahnung alter, wehe, wenn der keine 1000 anzeigen kann und deswegen nicht klappt ja, 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 das dachte ich mir auch gerade ne Höhle drin ne, ne, wir sind hier am Zeltlager da wo wir, äh, damals auch schon mit Sabchen waren da wo wir angegriffen wurden nachts ich bin aber auch hier am Zeltlager an der, na, aber du bist am anderen oh, Gott sei Dank ich bin auf der anderen Seite bloß danke von euch ja, 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 ich seh schon Sabchen, wir haben hier ein Auto, wollen wir ok das wäre eine schöne Bergmaschine das würde ewig dauern, ein bisschen rum bin ja, ja und hoch komme ich sowieso nicht so, aha, nicht runterfallen wir schauen mal, dass wir rumkommen jetzt hast du festgekommen von welcher Seite wollen wir denn hier kommen? nein danke, so weit danke, so weit der Nahr bitte warte ist ja sogar so ne Schneemaschine ja, da hast du nen Schneeschieber vorne dran ach, was ist er denn hier? für'n Blödsinn, nein so wo ist dein Wellerfassend? genau, hinter uns auf der anderen Seite vom Berg also fahr ich erst mal runter ja ja, genau so das ist perfekt das ist nämlich auch ein Zeltlager ok ok also wir schauen mal, dass wir zu dir irgendwann in den Fledder kommen kann doch ein bisschen dauern das wird dauern, ja, ja ihr seid jetzt oben, ihr seid ja auch unten, ne? ja, 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 also wir fahren grad runter ja, weil den Berg kommen wir mit dem Schneeschieber hier nicht ruf ja, darum eh mit dem Schneeschieber naja, also hier diese Golfkar mit dem Schneeschieber vorne ja ah, hier wird's wärmer, das ist schön oh, ich hab'n gleich schon gefunden sehr schön so, genau so jen warte, was machen wir? hm? was passiert hier? ich weiß irgendwie ich sehe gar nichts du fährst ich sehe nur Wald ja, ist richtig jetzt kommt man von dieser Seite wir sammeln gleichzeitig Stecker, kann das sein? können wir so plock, 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 plock abwarten ne, hier werden wir nicht hochkommen, Andy hallo Baum warte mal denna, denna der Hund ich hab' so Hunger ich bin am verhungern ich hab' schon seit 5 Minuten nichts mehr gegessen ja, du bist erst erst seit 6 da ist ein Stein ach so, danke das ist mir gar nicht aufgefallen ich geh' mir mal da ist ein Baum naja, gut, dass ich dich hab' da ist noch ein Stein ach schön du sag's, was wär' ich ohne dich? ja du sagst du sagst maaaann aber nicht vorne in den See fahren, ne? bitte weil ich auf einmal so dicht ich bin vorsichtig du fährst was richtig gut ja gut wenn da nicht der stein gewesen muss ein stück zurück ja ich bin die ganze zeit rückwärts gefahren hat mich gerade auch genannt du sagst immer diese schlauen kommentare hier jetzt ob ich dich von deiner mutter arschloch nennen die ist ja gerade nicht da hier ein stückchen weiter da hast du gleich einen weg ja 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 perfekt perfekt klatsch wunderschön schön hier ich bin nur dass du aussteigst und wieder so auf den karten grünzt wirst du schubst mich nicht hinunter ja klar dass er auf mutter aufpasst wer denn virginia sapien muss ganz ehrlich sagen das rumeiern mit dir macht spaß der amt sich ist ne höhle jetzt ist er ja nicht mehr weit warte mal welche höhle wollen wir denn gehen ähm wir sind gerade auf dem weg zu dir ich kann jetzt gerade mein navi nicht nehmen ich sehe jetzt gerade nur das navi hier im gold card oh komm mal her du kleiner jetzt kommst du noch im nacken ist der klingel muckel da ja da ist ein stein ja da hat jetzt die pente wirst du und jetzt kommt da hin also ja warum ist auf dem weg ein stein ich weiß auch nicht warum sind hier überhaupt bäume soll das warum können wir nicht mit den schnie schieber einfach alle platt machen bäume steine ist hier ein weg eingezeichnet wenn das eigentlich waldgebiet ist hast du wieder deinen schuh ne so dunkel spielzeug ja das ist richtig wieso weil es dunkel wird keine vier minuten dann können wir hier am zeltlager gleich schlafen gleich ist gut wir müssen jetzt außen rum fahren wird wahrscheinlich ein bisschen dauern dieser weg wird kein leichter sein steinig und schwer ist aber gewesen das sieht ein bisschen gruselig aus so der dunkle wald der klinge weg hat das von slenderman da ist er pass auf ich fahre hier lang ja vielleicht doch nicht so ich dachte du parkst hier sehr gut sehr gut sehr gut ich kann driften hast du richtig gut gemacht ich glaube wir haben nur eine kleine schramme hier im golf car also von daher ich glaube auch hä wo ist der weg hin ja der knickt hier auf ihm ab und wieder links äh rechts meine ich entschuldigung von wegen frauen haben die rechts links schwäche ja hab ich nie behauptet ich glaube heute am ende des tages hast du einen krampf in den fingern oh da oh roter rauch geradezu geradezu ähm mal gucken was wir da finden und stopp ich geh mal gucken guten tag auch der steht so ja jetzt ist er in dir fallen und hat essen fallen lassen das ist gut das fand ich warte du hast essen fallen lassen wieso habe ich denn kein licht weiß nicht ich habe meine fackel wie schön finde ich ok bist du jetzt mit dir selber was ihren ball fallen lassen ist hinterher gelaufen oh gott sieht bisschen aus meine ja ich glaube hier ist nichts weiter gut wo müssen wir ihn jetzt lang ach so ich bin zu maus ein Stück müssen wir am fluss lang äh ja gute frage ich guck gerade ach du scheiße wo sind wir denn hier landet hoch ok wir müssen den fluss hoch und dann sind wir bei Maleficent so schnell warte mal wirst du ach ich sehe sie gar nicht mehr aber ja da hinten ist sie dann ja ja ok oh wo ist jetzt da kann ich ganz lang so wie du einfach losfährst war noch gar nicht drin klar ist doch achtung nicht gerade aus so viel weil da kommt durch der fluss sind da vorne schon da so ein kleiner kackstein aber wenn wir jetzt durch den wald fahren müssen wollen wir denn lieber laufen ich glaube ja ich glaube das macht sich besser mhm vielleicht sollte ich licht nehmen vielleicht sollte ich meine fackel ausmachen wird das nämlich irgendwie die blendet immer so ne ja jetzt also wenn licht aus ist also nur feuerzeug oder so dann sieht man es besser wie stinkt die haupt ach hier sind die bagger wieder hier sind wir ich verhungere und verdurste ich bin müde na geh rüber ja 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 ich gehe zu mir leise kommt ja ich mach mal meine meine menschensuppe leer und füllen wir gleich mit frischem das ach ja mensch gut dass du es sagst wenn du mich nicht hättest natürlich bringt damit ich hier nicht einschlafe unterwegs so war aber auch schon mal hier waren wir schon mal bei den beiden ballern wenn wir ein bisschen rumpagern ich bagger immer mit alles um jeden kannst du eigentlich bagger fangen beziehungsweise kannst du ich muss ja sagen ich muss das anhand die schluss gegen den strom schwimmen ist schon nicht schlecht ja Ich glaube, das Keterchen wird wieder frech. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, verdammt die Frau ab. Kleiner, frecher Kater. Wohlkampf. Es war abgehauen. Will ich euch entgegenkommen? Kannst du machen. Ja, kannst du. Wenn da jetzt nicht irgendwie eine tolle Höhle war oder so. Hier ist keine Höhle. Okay. Bin jetzt aber jetzt da am See. Ja, dann kannst du uns ein Stück entgegenkommen. Ja, stimmt. Es ist auch nicht mehr so weit. Obwohl, wir laufen auf eine Höhle zu, ne? Ja. Hatten wir die schon. Da waren wir doch bestimmt schon mal drin. Bestimmt, ja. Da war die letzte Höhle wirklich immer drin. Das kann sein. Ups. Ich hänge fest so. Dann würde ich sagen, dann gehen wir da vorne zum, also vorne, oh, hoppla. Ja. Dann gehen wir mal da hinten zum Ausrufezeichen hin. Vielleicht ist da was Spannendes. Was zum Spielen und Schokolade und so. Ja. Schokolade, ich bin dabei. Das soll ja schon ein Überraschungsei. Mhm. Oder eine Shotgun. Ah. Oh, ich sehe was bewegen. Müsst du was? Ach ne, ich darf nicht. Ich dachte, ich sehe dich gerade. So gegen die, oh. Ich kann nicht gegen die Störungen schwimmen. Ich werde zurückgetreten. Mann, das ist zu schwach. Ähm. Ich glaube, wir müssen... Okay. Ach, da bist du. Ich glaube, wir müssen seitlich hoch, oder? Warte mal, aber wir können nochmal... Ich sehe nix. Aber wir können noch mal... ähm... ...hinter dem Wasserfall gucken. Ah. Fleisch ist da ja was. Ja, hier ist Wasser. Geil. Und ein Stein. Über die Breite. Ja gut. Okay. Ah, hier hopp. Wo bist du? Hier. Neben dir war ich gerade. Warte mal kurz. Ja. Sehr schön. Was hab ich hier ist in den Einstellungen? Qualität? Wasserfall. Bei dir in der Nähe wollen wir uns machen. Hä, wo war denn die Ehrlichkeit? Ja. Ach hier. Ist das schon auf 10. Ja, das war doch letztes Mal heller. Ja, das ist auch nicht. Also wenn du, wenn du die Feuerzeug ausmachst, dann wird es ein bisschen heller. Ich hab die Taschenlampe an. Die kommt jetzt mit der Taschenlampe runter. Ja, ich hab gar nichts mehr an. Weil, äh, wenn du nichts hast, dann, dann dauert es ein paar Sekunden, aber dann wird das Bild heller. Ähm. Oh, du bist ja hier gleich. Kommst du hier den Berg runter? Ja, jetzt bin ich runter. Ah, okay. Am, am, am Wasserfall. Jetzt hab ich hinten. Ja, ich bin jetzt am Wasserfall. Lebst du noch? Ja. Hallo. Bin auch da. Hallo. Yay. Na, das war eine Reise. Bleibchen, was machst du denn am See? Entschluss? Ah, okay. Gut. Viel Spaß. Ähm. Wollen wir versuchen zu schlafen? Ja. Einmal. Maik geht jetzt hier ein bisschen frei. So, hier ist so schräg. Hier können wir wahrscheinlich nicht liegen, ne? Weil hier, hier ist doch, oder? Hier ist doch. Guck mal. Versuch mal, ob es klappt. Hoch. Hoch. Höusten? Hier. Ja, klar. Ja, perfekt. Ah, okay. Gut. Dann einmal speichern. Und einmal schlafen gehen. Und einmal schlafen gehen.